Verschollener Hinz Er kam 2017 nach Wolfsburg. Die Bilanz, zwei Spiele, null Tore. Zuletzt galt Jens wochenlang als verschollen. Nun hat der VfL die Konsequenzen gezogen. Fußballbundesligist VfL Wolfsburg hat sich mit sofortiger Wirkung von Offensivspieler Köln Hinz getrennt. Der 20 Jahre alte Engländer war wochenlang unerlaubt vom Training ferngeblieben und erhielt nun eine außerordentliche Kündigung seines bis 2020 gültigen Vertrags. Zuvor war Hinz bereits mit einer Geldstrafe und einer Abmahnung belegt worden. Er ist seinen vertraglichen Pflichten trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachgekommen. Ein solches Verhalten tolerieren wir nicht, sagte VfL-Geschäftsführer Jörg Schmartke. Denn zwar im vergangenen Jahr vom FC Arsenal nach Wolfsburg gekommen. Für die Wölfe absolvierte er ein Bundesligaspiel sowie eine Partie im DFB-Pokal. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team Ich bin sicher, dass es wir zur Verfügung stehen sind. Jetzt sind die größte, dass du Borderline der j monopewenstätten mitاتen mit intelpflichtigen können.